Genug Training. Jetzt wird es ernst. Feinde landen im Einsatzgebiet. Machtergreifung. Sammelt Erkennungsmarken, um Belohnungen frei zu... Wähle einen Einstiegspunkt für dein Team, Soldat. Das gefällt mir. Aktivität! Ich gehe in die Richtung. Kontakt! Ja, so fliegt jeder hin, Leute. Brücke vor! Anfänger Das Gas breitet sich aus. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Feindliche Drohne über uns! Ernsthaft? Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Feindliche Drohne über uns! Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Nächstes Ziel entdeckt. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Feindliche Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! Feindliche Drohne über uns! Fertig turned toice! Feindliche Drohne über die Welle! So ist auch klar. Letzter Versuch, Soldat! Legt zu! Ich seh nicht jemanden rum. Da kommen wieder Einstiegskisten. Primärziel abgeschlossen. Alle Vorratskisten gefunden. Das gefällt mir. So ein Dreck! Das Gas nähert sich dir! Wenn ihr außerhalb des Kreises seid, schwingt die Hufe! Nein! Alter, nein! Achtung! Verbündet der Präzisionsluftschlag im Anflug! Achtung! Warum nicht Lothar? Warum? Setze Tränen! Gas ein! Papiere eine Ladung! Ach, die schießen auf mich! Alles wieder gut. Hier entlang! Feindliche Drohne über uns! Nein! Nein, warum? Wir sind der definitiv vor, ja? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das Gas kommt näher. Feinde landen im Einsatzgebiet. Drückt zur markierten Position vor und sichert den Bereich. 50 sind noch aktiv. Mission fortsetzen. Feind hat eine verbesserte Drohne gestartet. Wir sind ungeschützt. Feindliche Drohne über uns. Das Gas nähert sich dir. Wenn ihr außerhalb des Kreises seid, schwingt die Flusser. Na ja, ich werde eher rasiert. Bist. Allein oder was? Nein, aber entweder sind die genauso dumm oder dümmer als ich. Kannst du mal, ob Alex schon online war. Alex war noch nicht online. Das heißt, die sind noch nicht fertig. Was willst du kaufen? Einen Skin. Ah, Skin. Werde ich auch machen. Welchen du? Ich überlege sogar beide. Der hat das Geld, der Havara. Ich wollte eigentlich nur einen und dann hat Alex gemeint, dieser Runde ist ja nicht für immer, sondern wenn er... ...leicht zu sein, quasi. So wie es aussieht, ist die Runde eh bald fertig, glaube ich. Oh mein Gott, Freude, bleib stehen. Es nervt, dass man auf die größeren Ablitz immer die E-E-Schiffen holst. Ja, nämlich alles. Hört dich tapfer. Ja, lost. Lost, lost, lost. Das war ein harter Kampf da draußen. Zurück zur Basis für die Einsatzbesprecher. Mototop gewonnen.